hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu einem neuen video wir sind wieder im best of three domination mit dem kenzei und ja leute ist es halloween und wir checken mal ganz kurz den neuen halloween modus ab bezählt wie in anführungszeichen neu und haben hier ein sehr sehr strammes team als gegner 152 104 66 und der heilander 26 und ich hoffe dass unser bot schnell ersetzt wird auf jeden fall let's go ich hoffe euch allen geht's gut das ganze ist ja aufgebaut mit einem kleinen unterschied bei dem höchstlich Oh nein, jetzt hat sie nicht, oh schade. Schade, schade, schade. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, hier sind halt Skelettfrieger am Start und die kriegen halt irgendwie mehr Punkte als die Zonen. Deswegen schmeggeln wir die hier mal ganz schnell weg. Aber wie ihr schon seht, die machen richtig damage. Die machen richtig richtig damage. Hier muss man richtig richtig aufpassen. Ich werde mal B holen hier zum Haier. Let's go, let's go. Und sie packt mich. Ach komm, ich war doch weggedodget. Unhilflich, ey. Ja. Leider wäre noch ein bisschen zu late. Ah, lass dich nicht aufmachen bitte. Das sieht aber nicht so viert. Ich blöde hier mal ein bisschen. Man muss echt so aufpassen, die machen solchen damage, ey. Ich habe sie nicht gesehen, ich bin so ein Trello, ey. Ich habe eigentlich Sammeln gedrückt und ich dachte wow, aber okay. Komm doch mit! Das war's für heute. So erstmal hier die Fronten klargestellt. Sehr schön, wir haben A auch. Ach ja, dieses Carrying von allen Seiten. Okay, fuck. Boah, der hackt auch gut, wenn der ulti hat. Wenn der ulti hat. Aber geregelt, sehr schön. Oh, da wieder 2. Aber schöner Waste gerade. 745 Punkte, das sieht nicht schlecht aus, aber hat noch nichts zu halten. So. Die Mitte wieder geklärt. Jetzt runter zum B. Ein bisschen heilen. Ganz kurz in eigener Sache, falls ihr auch Kinder noch mitspielen wollt, gar kein Problem, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich mich selber freuen, auch mal mit euch zu spielen. Bin mal so ganz kurz am Rande. Und was mich auch sehr, sehr, sehr interessieren würde, ist, wie findet ihr das Halloween Update? Sagt ihr euch so, oh ja, ist auch voll cool? Oder? Ja, nicht so. Ich bin mir da aber nicht zu ganz sicher. Ich bin mir da aber nicht zu ganz sicher. Was für mich? Och, alter Schreck! Ich bin mir da aber nicht zu schnell. Läuft es halt gar nicht. Obwohl wir eigentlich nicht wirklich scheiße sind. Erstmal schön den Highlander rausgenommen. Wir haben beide gedroppt. Ah, natürlich. Natürlich. Aber sie ist halt nicht okay. Aber sie ist halt nicht okay. Enemy Team ist breaking. Oh, sehr schön. Oh, an allen Front mit gefightet. Oh, zwei Leben noch. So, da ist die Warmonger. Und da springe ich doch einfach da rein. Ach, ich parry einfach alle Haken. Und da ist die Rally. Tote genug. Oh, den Hammer. Schauen wir mal, ob wir A helfen. Komm, komm, komm. Wir wollen auch mit am Start. Sehr, sehr gut. Oh, Reiner. Die Warmonger ist raus. Sehr, sehr gut. Die ist nämlich echt belastend. Komm, daher hier. Hier, fang. Hier, fang. Komm, her. Ja, die war auch schön, aber er war halt nicht so ein bisschen Wast, weil er fängt auf die Namen in die Brücke, je Schicht hat. hi, bye. Ach und jetzt gibt sie Gas! Jetzt gibt sie echt Gas! Vor allem, dieses Kamerl der Himmelsherr, die brechen ein und ich, ich finde sie nicht einfach geprüppig sterben. Ja, dadurch die Bollonga, abgestaubt, auf ganz freche Basis. Aber die ist auch gleich im Execute, auch sehr schön. Der andere Bieg ist auch im Execute. Ja, das war's. Jetzt kriegt der Aramusha noch einen richtig mit. Wow! Wow! Tensiert! Ja! Wow! Das klappt nicht einfach! Ja, Freunde, das war die erste Runde und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, ciao! So meine Freunde, da sind wir wieder. Runde 2 startet in Kürze und wir haben richtig unangenehme Situation gerade, weil wir nur noch eine Warmonger im Team haben. Oh, die ist 108, das geht auf jeden Fall klar. Aber wir haben halt den Warden aus unserem Team, aus der letzten Runde im Gegner-Team. Eine Warmonger und noch einen Gladi. Und die haben noch einen Bot und wir haben halt zwei Bots. Und ich hoffe natürlich, dass die schnell ersetzt werden. Let's go! Let's go! Ich hab' den Warden aus. Oh, wow, der erst mal richtig zählt. Ich hab' den Warden aus. Ich hab' den Warden aus. Ich hab' den Warden aus. Oh, ich hab' den Warden aus. Wow, der erste mal richtig zählt. Ich hab' den Warden aus. Oh, ich hab' den Warden aus. Oh, ich hab' den Warden aus. Ah, der wurde von dem Butt gemacht. Wieso kann ich unseren Child? Kann ich doch... Oh, ganz gut. Why? Das ist eben aufpassen. Oh, hi. Hopla. Oh, wo ist denn da? Oh nein. Oh nein. Ja, aber klar ist das ja auch was einfaches. Und wir haben wieder einen Lobbinger. Dabei ist er in Anführungszeichen erst, also in Anführungszeichen 07. Oh, mein Gott. Okay, safe. Ah, ich wollte gerade ulti zählen, verdammte Naht, ey. Ich habe die Zahnbeam, ich habe die Zahnbeam. ist er aufgefallen oder ist er aufgefallen? nein, nicht aufgefallen. Boah, hier sind alle. Nein, nicht aufgefallen. Puh, das war aufregend und schon wieder super close. Der Orochi kann mich echt nicht leiden. Oh, kommt der einfach vorbei gechargt ey. Wie frech. 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 ganz 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 richtig viel zu wenig minions mit 180 punkten auf platz 1 jetzt erst einmal der dritte vielstreit der dritte vielstreit Auaau Er ist wieder Dankeschön und ich schätze auch noch rein ich bin komm der muss doch tot sein der brennt das ist eine bessere entscheidung ich kann mich schnell zu ag ich bin schon auf 800 punkte das ist nämlich nicht so ja kommt mit und gegenwärtig kommt nicht, gut haben wir safe da kommt der warmonger ach du scheiße ach ich überhaupt gar nichts machen kann ich habe jetzt auch noch eine aufregulation habe ich habe doch B gedrückt ich habe doch B gedrückt ich habe wieder ULTRA CLOSE oh wow ey das ist mir alles viel zu knapp hier, Fall nein nein oh was was oh mein Gott ich habe gerade des Todes geschwinkt ey ja und die wird runtergestoßen schade schade oh ist das ein bitterer Kampf ey jetzt ist A3 gegen 2 O4 gegen 2 ich komme noch rein ich schmeiche meine Rauchbombe die bringt natürlich wieder alles ich freue rein und los aus dem Rauchbombe rausgesprungen oh wow nein nein eine Stimme nein enemy team ist breaking oho Warum macht er nicht mal eine Ulti? Warum macht er nicht seine Saum? Wenn ihr habt, das Hämmern vielleicht nicht hat, aber er rettet mich wirklich in Freiheit. Nein, lass es sein, kämpf. Oh, ich bin der Letzte. Oh, wow. Oh, ich bin der Letzte. Ich hab's überhaupt nichts machen können. Oh ja, ist halt so vorne. Schade, zweite Runde nicht gewonnen, aber das geschafft uns eine dritte Runde. 284, 11, 11, holy moly, aber egal, wir sehen uns in der nächsten Runde, also bis gleich. So meine Freunde, die dritte Runde startet bald, wir haben hier ein 3 und 3, wir spielen gegen einen Shogokin, einen Berserker und einen Peacekeeper, das wird auch echt heavy, die hat richtig schöne Schwerter, die ist 6, ok, und wir haben eine Warmonger und auch einen Bersi, am Start, der Bersi ist glaube ich auch relativ hoch, sieht auf jeden Fall richtig fesch aus, und natürlich Fußfestor, let's go. Ciao, wie geht die Wyatt? Oh, wow! Oh, die Minions! Die Minions! Oh, wow! Das ist der Ton! Ey, nicht unhöflich werden! Hab ich's? Hey! Oh, wow! Oh, was hat das Kole gemacht? Das ist der Ton. Welche das? Entschuldigung. 3... Tipp. Ah, ich Parry 2 Leufe ist so lecker alles. Oh, da kommt die Fertz auch noch hin. Oh, Gott. Oh, warum macht er nicht die Gold? 600 Punkte ey, das ist eine richtig bittere Pille. 0-3 gegen 1 Situation, ich finde ich noch was geht. Hab ich den Chagoki. Und Bagi, sehr schön. Das war ein langer, der sollte jetzt verlegen. Ach, so ein Spielverderber. Ja, runter. Das war ein langer. Wow, das ist ein langer. Ich bin nur hier zugeben, das ist ein langer Schwarz. Das ist aber Schwarz. Echt? Oh wow, der Geist hat sie aufgemacht. Das ist ein langer Schwarz. Und mit der Blüten. Ja, uh, look, too much whiskey in my red cup Remember first day you went to the scene We had only scratched the surface But I knew that you were worth it Yeah, yeah, so I was patient I bragged to my niggas, Joe, name it I'm still with the niggas that I came with You captured Zone A Make it up, take you down Have a shot, I fight around Play my song, let's keep the sound Ah, yeah, I dodge through the end I dodge through the end I dodge through the end, that's right Huuuuh, ccf That's pretty good Oh ja, ganz gut auf den Ball. Das ist die Idee. Ja, Entra! Ja, Entra! Da kommen wir hin. 3 gegen 1 Situation. Ah, genau wo er wird. Mach doch die Zone. Dankeschön. Wer schmeißt hier mit Bomben? Welcher ist Rechtax? 3 Oh, hallo. 2 gegen 1. Unfair. Ach, das ist schon verhärtet. Ja, du bist so ein Abstauber. Boah, die haben 800 Punkte. 900 Punkte jetzt. Und wir können einfach nichts gerade machen. Ja, jetzt sind wir noch im Nachstand. Nicht im Weg stehen. Boah, jawohl. Da geht's. 4. god Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr sagen, ich weiß es nicht Ich weiß es Oh Warum konnte ich denn jetzt nicht da treten? Aber wir kommen noch mal rein Der Bersen macht noch mal ein bisschen Lütze Aber ich war noch nicht wieder ausgelegt Ich bin wieder am Last Stand Was ist das? Sehr schön Sehr schön Boah, ich habe das Spiel A Jetzt sind die nämlich im Last Stand Gucken ob ich A verteilen kann Wo sind die bei C Okay, okay, let's go Your team is breaking Anywhere you want to go Yeah Even if you're looking for the wrong And I couldn't fear You'll be sure seeing that I won't just go and take home anyone I'm about you girl See I don't know You lost is okay But I'm bout it If you bout it Fuck Und er schien Ey, das kann doch nicht sein Ernst sein Boah, wie sieht mein Anstreng Ah, ich parry einfach alles Oh Oh, und er klopft mich tot Das gibt's doch nicht Oh, er rett mich doch nicht Kämpf Jetzt kannst du mich holen Vielen Dank Sehr gut Jets für ambition B, ich bin Seid past Situation In front of me Doublessen Ennemis Depht We say fuck em The iron niggas They inspire me to love em G is past go Es gibt doch wieder eine Hater-Mail, das gibt doch wieder eine Hater-Mail. Es gibt doch wieder eine Hater-Mail, das gibt doch wieder eine Hater-Mail. Ja Freunde, wir müssen was machen, wenn wir jetzt hier rumstehen und chillen, das ist leider nicht. Wir brauchen schon mehr Punkte. Das ist eine Hater-Mail. Da war schön ihr 1-4-Betanz. Oh, was?! Ach, Quatsch! Nämlich ganz, ganz bitter verloren, ganz, ganz bitter verloren. 15,897 Punkte. Es hat nicht gereicht, Freunde. Es hat nicht gereicht, aber wir werden das Kaffee. Und dann endlich mal einen Ansturm auf eine Rödsinn auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es dem der Fall sein sollte, würde ich mich selber darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt und mehr so einen Blödsinn hier sehen wollt, dann haut doch einfach mal ein Abo raus. Wie gesagt, falls ihr mitzocken wollt, haut es mir einfach unten in die Kommentare, würde ich mich selber freuen. Ich bin erstmal raus, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann euer Rubi. Ciao!